No pun intended, aber warum zum Teufel bin ich bei Lautsprecher-Tests immer sowas von durcheinander? Aber egal. Servus erstmal miteinander und ja, wie gerade schon erwähnt geht es heute um Lautsprecher. Allzu viele Tests zu dem Thema gibt es auf meinem Kanal noch nicht, gerade von verschiedenen Marken. Aber auf eine Art fange ich ja so ein bisschen engagierter gerade erst an. Und wenn wir von anderen an reden, kommen wir auch direkt zu den Teufel, Defineon 3. Relativ offensichtlich handelt es sich hier um ein paar Stere-Lautsprecher. Allerdings gibt es die passenden Optionen, um das eben auf Surround zu erweitern, wenn ihr das denn wollt. Allerdings, heute geht es eben nur um die Stereo-Version und die kostet, so wie sie dasteht, 1.800 Euro offiziell. 1.500, als ich sie vor knapp zwei Monaten bekommen habe und momentan nur 1.300. Hat allerdings nichts damit zu tun, als der Preis relativ schnell gefallen ist, denn die sind schon ein ganzes Weitchen auf dem Markt. Liegt das eher an der Preispolitik, die mir nicht ganz so gut gefällt, denn das macht es mir einfach ein bisschen schwerer. Einerseits weiß ich jetzt nicht genau, als was ich die bewerten soll. Als ein 1.800 Euro, das Paar-Lautsprecher-Paar oder eben 1.300 Euro. Denn für mich ist das eben auch der nächste Punkt, dass die 1.800 meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben hoch angesetzt sind, weil sie meistens in Angeboten für 1.300 erhältlich sind, wirkt das dann so eher wie ein Schnäppchen. Und das ist so eine Art, die mir einfach persönlich nicht ganz so gut gefällt. Aber das mal außen vor kommen wir jetzt zu denen hier. Und was mir wirklich definitiv gut gefällt, ist das Design. Der Korpus ist immer schwarz, allerdings gibt es eben noch die Möglichkeit, sich eine anthrazitfarbene Front auszusuchen. Alternativ aber für das Video macht weiß für mich ein bisschen mehr Sinn. Sehen sie wirklich schön aus, also gerade der Kontrast von schwarz zu auch weiß. Ist dann der Lautsprecher, wie ihr vorsehen könnt, von dieser Breite hier. Geht er relativ tief, dann allerdings auch schmaler nach hinten zu. Ist, ja, designtechnisch das, was man mögen muss oder nicht. Also persönlich bevorzuge ich es eher, wenn der Lautsprecher breiter ist, dafür vielleicht nicht ganz so hoch, nicht ganz so tief. Aber ändert nichts an der Tatsache, wie er dann auch wirklich klingt. Volumen zählt eben. Aber das ist was anderes, was wir jetzt nicht besprechen. Jetzt kommen wir allerdings zum Thema Qualität. Und der Lack, muss ich sagen, ist ganz gut. Ihr seht vielleicht schon, dass er ein paar Fingerabdrücke aufnimmt. Allerdings könnt ihr das relativ gut wegputzen, ohne dass es Kratzer gibt. Ist die Lackqualität ordentlich, wenn auch nicht perfekt. Denn gerade hier an der Front sieht man so ein paar kleine Imperfektionen. Das allerdings ist okay. An der Rückseite, wie schon gesagt, die schmaler wird. Gibt es dann auch noch die Lautsprecher-Terminals. Soweit alles ganz gut. Gefällt mir im Prinzip nur die Art und Weise der Füße nicht. Denn erstens werden diese zwei Stahlplatten mittels Spackschrauben direkt in das MDF geschraubt. Also ihr schneidet im Prinzip das Gewinde rein, wo die meisten Lautsprecher sonst eigentlich eher Gewindebuchsen nehmen, wo ihr richtige Schrauben reinmacht. Das wirkt für mich so ein bisschen wie eine Sparmaßnahme. Und inklusive der ganzen Gummifüße funktioniert das Ganze nicht so gut, wie ich es gern hätte. Denn die rasten hier nicht wirklich gut in die Unterseite ein. Und wenn ihr sie dann gerade wie ich fürs Testen öfter mal hin und her schiebt, fallen die im Prinzip direkt immer ab. Wenn ihr sie natürlich jetzt einmal nur in der Wohnung habt, aufstellt, dann ist das weniger ein Problem. Aber die sitzen, wie schon gesagt, nicht ganz so gut. Gibt es alternativ allerdings auch noch Spikes im Lieferumfang. Dann ist das zumindest auch ein bisschen flexibler von der Aufstellung her. Muss ich allerdings auch sagen, da der Lautsprecher ein bisschen tiefer ist, ist er nicht unbedingt aufstellungsleicht. Aber auch jetzt nicht ultraschwer. Also wenn ihr den Platz für Standlautsprecher habt, dann wird das auch nicht ausreißen. Aber in der Tiefe müsst ihr ein bisschen mehr mitbringen. Wobei das Gute ist, dass er relativ aufstellungsunkritisch ist, trotz Downfire Bassreflexrohr, wo er ja nicht so gut, irgendwie so nah an die Wand sollte oder dass er vielleicht eher ein Problem werden könnte. Also der feiert dann praktisch direkt auf die Platte und er ist relativ aufstellungskritisch. Dazu können wir jetzt eigentlich auch gleich schon kommen. Also aufgestellte da, wo jetzt der braune Lautsprecher ist, ist auch der hier gestanden. Und ich hatte selbst ohne Bassfallen keine wirklichen Probleme. Bass hat natürlich ein bisschen mehr gedröhnt, war nicht ganz so präzise, aber mit eben zum Beispiel Bassfallen, die ich eigentlich nur generell jedem empfehlen kann, wurde die Sache dann schon deutlich besser. Es ist dann ein bisschen weniger Bass eben im Raum. Allerdings ist weniger ja nicht schlechter, denn aufgrund eben fehlender oder verhinderter Raummoden klingt er dadurch deutlich sauberer. Aber es ist hier definitiv noch ein Bassreflexsystem. Das heißt, ihr habt nicht den allerknackigsten Bass, aber zu dem Klang selber kommen wir dann gleich noch jetzt vorher noch zu dem Anfeuern mittels Verstärkers. Also ich hatte vor kurzem den NewConnect AmpX von Nubat da, knappe 700 Euro kostet der. Hat die mühelos betreiben können, hatte genug Leistung. Und ich würde mal sagen, so mit einem Stereo-Lautsprecher, so ab 500 Euro sollte die eigentlich schon mehr als gut genug aufgestellt sein. Denn die sind relativ genügsam. Je mehr Power die ihnen gibt, desto mehr können sie es ausnutzen bis zu einem bestimmten Level. Sind sie allerdings jetzt nicht wirklich allzu fordernd. Auch vom Pegel müsst ihr jetzt nicht allzu viel ausreißen. Dann müsst ihr den, würde ich mal sagen, optimalsten Klang bekommt. Was dann optimaler Klang heißt, sage ich euch gleich noch. Habe ich es allerdings hauptsächlich gerade am Ende mit meinem Asyr 851 getestet. Der hat also ein bisschen mehr Power. Und ja, je mehr Power ihr einem Lautsprecher gebt, bis zu einem bestimmten Level natürlich, ist das von Vorteil. So, kommen wir jetzt schon direkt zu dem Klang und dem Bass. Wie schon erwähnt, durch das Bassreflexsystem vielleicht ist es nicht der beste Bass überhaupt. Aber es ist ein sehr, sehr guter Bass, muss ich sagen, für die Preisklasse okay. Denn, na das klang jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber es ist einfach so. Der Bass ist nicht wirklich zu viel oder zu betont oder so. Aber er ist definitiv ein bisschen präsenter als bei manchen ähnlichen Lautsprechern. Denn gerade der Mittenbass pumpt ein bisschen stärker, allerdings schön trocken. Sehr schön erledigt. Also gerade der Bassbereich gefällt mir hier am besten. Subbass ist jetzt nicht zu extrem, allerdings gibt es dafür eben auch nichts Unangenehmes an Dröhnen. Also er fügt sich gut ein, aber so ganz leicht tendenziell ist der Bass leicht hervorgehoben. Aber nie, dass er so halt irgendwie wirkt, als ob es zu viel wäre. Mitten passen sich dann ganz gut ein. Aber ich muss halt auch gerade sagen, nach oben rum die Mitten, gerade dann über zu den Höhen, das ist so der Bereich, der mir bei dem Lautsprecher einfach nicht ganz so gefällt. Das ist da, wo der Lautsprecher für mich ein bisschen so gelangweilt oder ich würde eher sagen, so desinteressiert wirkte. Denn gelangweilt würde heißen, er wird nicht gefordert, aber für mich wirkt es so, als ob er nicht alles geben will, was er kann. Denn mir fehlt es hier oben rum einfach ein bisschen an Strahlkraft, ein bisschen Brillanz, ein bisschen Höhenakzentualität, also Akzu, ja, die sind nicht akzentuiert genug. Das ist meiner Meinung nach auf die Auflösung auch nach oben nicht ganz so gut. Also die rollen schon recht stark auf und gerade die Höhen sind auch relativ soft. Und das kommt zum Beispiel auch der Soundbühne nicht ganz so zugute, denn die ist jetzt nicht mega breit. Allerdings passt das noch, ist allerdings eben die Soundbühne gerade bei Stimmen, also ich nenne das immer Dialogbühne, etwas, ja, weit nach hinten geschoben, weiter hinten als die Instrumente und auch ein bisschen so verhangen, als ob da so, so betucht, sage ich schon, als ob da was leicht drüber ist und das Ganze wirkt ein bisschen dumpf. Und das ist was, was ich persönlich nicht mag. Allerdings gibt es auch immer auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich mag es, wenn es nicht ganz so höhengrill ist. Ich persönlich bin einer, ich mag viel Höhen und einer meinte, letztens noch viel Höhen wirkt so, als ob wir mehr Details haben, was jetzt nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Aber in dem Fall hier wirkt es mir so aufgrund der etwas schwächeren Höhen, als ob eben definitiv weniger Details da sind. Denn einfach nur das Anheben der Höhen hat nicht wirklich mehr Details dargebracht. Und es hat auch einfach die Dynamik ein bisschen gefehlt und das könnt ihr mit dem Equalizer nicht wirklich kaschieren, meiner Meinung nach. Denn die wirken einfach ein bisschen so leblos, ein bisschen träge, Dynamik ist nicht ganz so da. Und gerade eben Stimmen wirken leicht stumpf, als ob die ein bisschen komprimiert sind. Da kommt mir nicht die komplette Auflösung oder das komplette Frequenzspektrum daher. Im unteren Bereich alles wirklich sehr gut, untere Mitten funktionieren auch noch ganz gut. Aber Stimmen haben einfach nicht diese Gelöstheit von den Lautsprechern. Der Mittelpunkt ist zwar gut da, aber sie wirken eben leicht versetzt. Und sie können sich nicht wirklich in Szene setzen, so wie ich es gerade bei Filmen gerne hätte. Oder auch gerade aber bei bestimmten Bereichen an Musik. Und wenn ich jetzt das grob in Genres einschätzen wollen würde, würde ich fast schon sagen, also definitiv Mainstream. Aber auf eine Art, je banaler und je weniger fordernd oder detailliert in den Höhen, desto besser seid ihr aufgestellt. Denn das ist für mich definitiv kein Detailmonster. Es ist kein Brillanzmonster. Aber es ist definitiv eines, ein sehr, sehr entspannt wirkender Lautsprecher. Denn er ist absolut nie anstrengend. Gerade für bassigere Musik, glaube ich, ganz gut geeignet. Normale Musik. Also ich würde mal sagen, Rock geht wahrscheinlich noch ganz gut. Metal auch, wenn ihr da jetzt eben nicht so viele Höhen haben wollt. Für Klassik ist er mir einfach ein bisschen zu komprimiert wirken. Also da fehlt mir das einfach an Details. Da fehlt es mir einfach ein bisschen an Auflösung. Da fehlt es mir ein bisschen so an Klangkultur. Denn das wirkt für mich so ein bisschen wie, ja, als ob er in der Liga, in der er spielt, nicht wirklich mithalten kann. Denn das bringt mich jetzt eigentlich schon zum Fazit. 1800 Euro, bin ich der Meinung, ist er nicht wert. 1500, auch nicht wirklich gerade im Vergleich zu denen, die ich vor kurzem getestet habe, die das Gleiche gekostet haben, aber auch die 1200 nicht. Also ich würde sagen, unter 1000, dann könnt ihr darüber nachdenken. Also persönlich von meiner Seite aus ist es einfach so. Wenn mir ein Lautsprecher klanglich einfach nicht gefällt, dann spielt der Preis für mich keine Rolle. Denn auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, 700 Euro wären, dann denkt man, ja, Preis-Leistung ist natürlich besser. Aber am Ende des Tages spart ihr dann eben vielleicht am Falschen. Und habt dann einfach ewig lang was dastehen, was euch klanglich nicht nur zusagt. Also entweder zahlt ihr ein bisschen mehr oder sucht euch einfach was anderes. Denn ich habe schon in der Preisklasse in der Vergangenheit damals schon Monitor-Audios genutzt. Auch Focals, eben auch Nubats in letzter Zeit. Und die hatten alle dieses gewisse Etwas an Klang, was einem Spaß macht. Die wirkten für mich sehr, sehr spaßlos, sehr, sehr trüb. Und das ist einfach, was mir nicht ganz so gut gefällt. Deswegen habe ich hier ein Problem, das preislich wirklich einzuschätzen. Denn es gibt mit Sicherheit Leute, die kaufen und sind absolut happy damit. Aber ihr müsst halt auch überlegen, dass ihr für das Geld hättet, was bekommen können, was wahrscheinlich noch deutlich mehr Spaß bereitet hätte. Denn wenn ich sie so eine Weile nutze, sage ich, okay, das ist nutzbar, das ist okay. Aber sobald, und ich weiß schon die ganze Zeit, während ich sie nutze, dass es nicht das ist, was ich will. Aber sobald ich eben dann auch was klanglich Anspruchsfehleres oder einfach Besseres, Schöneres umsteige, dann fällt der Unterschied eben nochmal krasser auf. Ob es jetzt eben von super ist auf die oder von die auf was Gutes, der Unterschied ist direkt spürbar. Und deswegen ist der für mich einfach so nicht wirklich für das Geld empfehlenswert. Dafür einfach zu teuer. Denn er ist auch zum Beispiel, das ist so eine Sache, was ich immer recht gerne erwähne, klanglich nicht so groß, wie er wirkt. Denn in der Vergangenheit bei den Nubots, den kleinen, habe ich gesagt, die wirken deutlich größer. Wenn ihr die Augen zu hättet, würdet ihr nie mit so einem kleinen Lautsprecher rechnen. Hier allerdings habe ich so einen relativ großen Boliden schon vor mir. Und das, was ich an Klang bekomme, passt dann optisch nicht mehr ganz so dazu. Also wenn ihr was wirklich Opulentes, Imposantes im Raum stehen haben wollt, dann ist das definitiv für das Geld einer, wo ihr relativ viel Lautsprecher bekommt. Allerdings klanglich passt das meiner Meinung nach nicht ganz so dazu. Also deswegen, ich kann die ganzen sehr positiven Tests, die ich im Internet gesehen habe, nicht ganz so nachvollziehen. Und auch wenn das Ding jetzt schon eine Weile auf dem Markt ist, ist es einfach bei Lautsprechern wie Wein. Also ein guter Wein verdirbt nicht, ein guter Lautsprecher ist auch noch 10 Jahre später gut. Allerdings wird ein schlechter mit der Zeit nicht wirklich besser. Und deswegen verstehe ich nicht ganz so, weil ich habe auch schon vor 5 oder 10, 15 Jahren Lautsprecher gehabt, in einer ähnlichen Preisklasse, die mich einfach mehr überzeugen konnten. Relativ maues Fazit würde ich sagen, aber so sehe ich das einfach. Weil wenn ich es jetzt mal ganz hart sage, waren die für mich das Auspacken und das jetzt demnächst eben bevorstehende Einpacken nicht wert. Denn das, was ich damit an Mühen habe, um das jetzt wieder hierher zu bekommen und auch loszuwerden, haben sie mir nicht an Gegenwert oder an Spaß bereitet. Also ich glaube, was es am besten sagt, ist es nicht mein Ding. Es gibt bestimmt Leute, vielleicht die der Marke treu sind, die diese Klangabstimmung mögen, aber ich zähle sicher nicht dazu. Und das war's. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren. Falls ihr noch irgendwas sonstiges habt, lasst es mich wissen. Vielleicht ein Like und ein Abo. Dann gibt es vielleicht auch bald mehr, mehr Lautsprecher-Tests von auch verschiedenen Marken, wo ich einfach sagen muss, dass es von Teufel wahrscheinlich meinerseits nicht mehr so viel geben wird. Denn wenn ich sehe, dass das hier schon nahezu die Fahnenstange ist momentan, die es gibt, will ich mehr und bin aber auch bereit, mehr dafür zu zahlen, wenn es sein muss. Wobei ich das nicht unbedingt muss, um das hier zu bekommen. Aber egal, egal, egal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren jetzt zwei Chores. Und auf eine Art. Auf, ja.